6.000 Duisburger haben ein Ticket für das Spiel ergattert, deutliche weiß-blaue Übermacht. Es ist ein gefühltes Heimspiel für den MSV, die Stimmung definitiv aufstiegswürdig. Der MSV in Schwarz traut sich nach 5 Minuten das erste Mal nach vorne. Janjic, Erath, Ilyuchenko zurück nach Gelbsperre, wird nicht unter Druck gesetzt. Und da kommt wieder Janjic. Urafero klärt gerade noch rechtzeitig die erste Chance für die Gäste. Die Meidericher in den Anfangsminuten mit einem Powerplay. Köln steht tief, steht kompakt, der MSV daher mit vielen Flanken. Bomeu. Und Oekbu herrlich abgelegt, Ilyuchenko. Wieder fehlt nicht viel zur Führung. Die Fortuna von Uwe Koschinat hält dagegen, ohne übertrieben Widerstand zu leisten. Traut sich dann aber mal aus der Deckung. Kessel gegen Bomeuer und dann Platz für Hamdi Damani. Keine Gefahr für Mark Flecken, dessen Eltern extra aus den Niederlanden nach Köln angereist sind. Es läuft bereits die Nachspielzeit der ersten Hälfte. Und Oekbu mit der Ballbeohreroberung und dann geht's schnell. Janjic, Ilyuchenko, Janjic und da ist Wiegel. Und da ist der so wichtige Treffer zum 1-0. Andreas Wiegel mit dem Tor, auf das sie so gewartet haben. Das ist ganz toll gespielt. Wiegel nicht im Abseits. Die Fortuna überfordert mit dem Tempo-Fußball. Stand jetzt der MSV wieder zweitklassig. Die Zebras zur Halbzeit die Nase vorn im Aufstiegsrennen. Zweiter Abschnitt. Duisburg mit Janjic, der auf dem rechten Flügel ein richtig gutes Spiel macht. Vorbei an Röcker. Auf der Suche nach Onoekbu. Aber es war gar nicht Onoekbu, sondern Kölns Minballer Boss. Heute Vertreter für Poggenborg zur Stelle. Danach spielt nur noch die Mannschaft von Ilya Goyev. Köln zeigt sich als guter Gastgeber. Viele Freiräume, gerade für Duisburgs Flügelspieler. Und in der Mitte ist der King. Kingsley Onoekbu. 2-0 MSV. Der Mann für die wichtigen Tore. Viertes Tor in den letzten vier Spielen. Onoekbu macht das unnachahmlich. Körper rein. Brust raus. Ball rein. Und jetzt ist die Party endgültig eröffnet. Es spielt nur noch der MSV. Schnell hart. Und dann geht's wieder über links. Diesmal der eingewechselte Engi. Der hat sehr viel Platz. Engi. Fehler, Pazurek. Und da ist Simon Brandstetter. Das 3-0 kurz vor Schluss. Die endgültige Entscheidung. Und die ersten Fans wollen mitjubeln. Brandstetter nutzt den Fehler von Pazurek. Aber große Analysen erübrigen sich. Denn es ist nur das große Warten auf den Schluss. Und dann ist es so weit. Der MSV Duisburg ist zurück in der zweiten Bundesliga. Es war nicht immer spektakulär, aber häufig sehr effektiv. Ilya Grujev hat großen Anteil am Duisburger Erfolg. Ich bin sehr integriert bei diesem Verein. Das ist auch meine Liebe in Deutschland sozusagen. Und ich habe gewusst, was für mich zukommt. Welche Antworten ich trage. Natürlich mit dem Trainerteam, mit unserem Sportdirektor, Vorstand. Und bin ich einfach froh und erleichtert, dass wir es geschafft haben. Den zweiten Matchball haben sie genutzt. Begleitet von 6000 Anhängern im Kölner Südstadion. Es wird gemeinsam gefeiert. Stars zum Anfassen. Und Kings Leon Uekbu ist auch heute der Kabinen-DJ. Und ich habe schon coole Lieder vorbereitet. Und die Jungs freuen sich auf die Playlist. Sind alles Schlagerfans? Also viele von denen sage ich 90 Prozent sind Schlagerfans. Und jetzt lasse ich es kranken, die Kabine. Und dann gehen wir Bier holen. Das wird ja eine Sause. Ab 18 Uhr dann übrigens auch im heimischen Stadion in Duisburg. Da sehen sich dann alle wieder. Der Sportschau bleibt nur noch zu sagen. Herzlich willkommen zurück in der zweiten Bundesliga. MSV Duisburg.